Ich bin Sissi, ich bin Assistentin im Bereich Audit in Berlin und ich bin jetzt seit einem Jahr bei Massa. Also ich habe mich wegen meines Vorstellungsgesprächs für Massa entschieden. Ich hatte ein richtig tolles Vorstellungsgespräch. Ich bin zwar viele fachliche Sachen gefragt worden, aber obwohl viel fachliches gefragt wurde, war immer eine sehr lockere, entspannte Atmosphäre und alle waren mega nett und deswegen habe ich mich für Massa entschieden und genau das habe ich in diesem einen Jahr Audit auch erlebt. Also wir sind alle per Du, wir haben ein super tolles Team und ich bin sehr sehr zufrieden. Also man merkt, dass Massa die Fortbildung sehr ernst nimmt. Ich zum Beispiel hatte meinen ersten Tag auf Mallorca und bin dann also gleich reingeworfen worden, habe da mega viele Leute gleich zu Anfang kennengelernt, was echt super war, weil man einfach dann gleich den Anschluss hatte und am ersten Tag dann im Büro, der zwei Wochen später war schon ein paar Leute kannte und meine Erwartungen sind sogar übertroffen worden, weil es super Spaß gemacht hat, ich richtig viel gelernt habe und dann eigentlich viel vorbereiteter war für die Season, die dann kamen. Was für mich wirklich besonders ist an dieser Fortbildung ist, dass wir vor allem in kleinen Gruppen zusammenarbeiten, über Standort übergreifend. Ich auch ganz viele Leute von anderen Standorten kennenlerne und mit denen über andere Sachen sprechen kann und auch merke, dass uns alle dieselben Sachen beschäftigt und mit denen auch vielleicht manchmal ein bisschen freier sprechen kann, einfach weil sie von woanders her kommen und auch andere Aspekte von Massa kennenlerne und so eigentlich für mich die Schulung am meisten Sinn macht. Das macht für mich das Massa sehr, sehr besonders.